Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir stehen hier vor der Feste und wir werden jetzt hier. Jetzt drehst du dich zu mir. Eben wollte ich die ganze Zeit, dass du dich zu mir drehst. Verstehst du? Eben habe ich ja die ganze Zeit versucht zwischen den Vor... Ja. Wie dem es auch sei. Also euch herzlich willkommen. Ja, wenn ich das sage, dann drehst du dich um oder was? Oh Mann ey. Jetzt guck dir da drüben hin zu dem Oger. Los. Zum Gruße, Mensch. Ich habe mich ungehört. Ich werde selbst Krieger werden. Hier lässt sich nirgendwo ein anständiger Krieger finden. Also werde ich zum Krieger werden und diesen elenden Wettkampf gewinnen. Der Wettkampf ist heute Nachmittag. Wie willst du bis dahin die hohe Kunst des Kampfes erlernen? Ich werde mir eine unschlagbare Ausrüstung besorgen. Na, der Weg der Talentlosen. Eine weise Entscheidung, wie mir scheint. Dir ist aber schon klar, dass ich dich nicht mit einer ex-beliebigen Ausrüstung hier rein spazieren lasse. Meine Ausrüstung wird immer sein. Wir werden sehen. Nun, lass mich endlich rein. Ich bin vom Umweltamt und ich habe eine Frage zu diesem Müllhaufen. Schau mal, was ich habe. Einen Kriegerhelm. Er zittert vor meinem Schwert der Macht. Ich komme wieder. So. Ich komme vom Umweltamt. Ich habe eine Frage zu diesem Müllhaufen. Ich bin vom Umweltamt. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Müll hier nicht einfach in die Landschaft schmeißen dürfen? Öffnen Sie bitte das Tor. Ich muss Ihre Mülltonne überprüfen. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie kann man nur so einen Unsinn plappern? Ich weiß auch nicht. Es ist, als könnte ich verschiedene Fragen stellen und wähle jedes Mal die unsinnigste. Das mache ich und es war nicht die Unsinnigste. Ja doch. Aber ich meine, man fängt ja mit denen an. Ich will ja nicht gleich das fragen, was des Rätsels Lösung ist, oder? Also gut, pass auf. Wir machen eine Frage. Hier erzittere vor dem Schwert der Macht. Schwert. Ich trage das Schwert der Macht. Was willst du denn mit dem Brotmesser? Brotmesser? Edende Grünhaut. Trete hervor. Schild und Schwert sollen bersten. Dein Blut soll fließen. Ich werde dir deinen hässlichen Schädel spalten. Na, na, immer ganz ruhig. Wir wollen niemanden... Hm. Mag dein Schwert. Muss mich entschuldigen. Du bist ein gutes Schwert. Das Beste. Naja. Du bist ganz okay. Ich hab schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Das Schwert wird dir ein wertvoller Verbündeter sein. Aber es reicht alleine nicht aus, um einen Schwächling zu einem Krieger zu machen. Nun gut. Dann schau, was ich habe. Einen Kriegerhelm. Schau mal. Ich hab einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Oh ja. Voll. Aber... Er kann wirklich sprechen. Ich hör seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur... Mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber... Vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Mit zwei Set-Teilen müsstest du mich nun wirklich langsam mal in euer Lager lassen. Nein. Wenn ich mich nicht irre, besteht das Krieger-Set aus drei Teilen. Glaub mir. Du hast jedes einzelne davon bitter nötig. Ach, das Schild. Ich hab das Schild vergessen. Ich hab das Schild vergessen. Ich komme wieder. Ja. Ich werde warten. Mein Gott. Ich hab das Schild vergessen. Müll aus allen Teilen der Welt. Wo kommt der ganze Krempel nur her? Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit grünen Sparen überzogen. Ja, nimm mal mit. Ja, gut. Dann gehen wir doch wieder. Bleibt ja nichts anderes übrig. Nun. Da sind wir wieder. Komm, wir fragen den Schamanen nochmal. Hey, Donnerhuf. Wegen des Blitztanzes. Donnerhuf? Hallo. Rindvieh. Hm. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwarz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. So gut. Dann, ähm, betrachtet den Zentrauren, äh, den Tauren. Äh, wir können hier, betrachtet den Federschmuck. Immer noch hässlich. Sag mal, die Feder, können wir die... Ach nee, die haben wir da ja daher. Ja. Verbinde den Schlauch mit der Öffnung des Deckels. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Okay. Na gut. Ah, da kommt was. Und fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Oga-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Und nochmal. Das sieht schon etwas besser aus. Das sollte reichen. Oga-Starke. Lieber nicht. Mir wird's nicht. Na gut. Dann filmen wir das jetzt ins Glas. Ein Prozentiger Alkohol und ein Cocktail-Schirmchen. Voila. Ein Oga-Cocktail. Gut. Dann gehen wir wieder. Und wir gehen zu den Ogern. So. Und geben das mal ab. Hier habe ich einen Cocktail für dich, Zloff. Mit besten Grüßen von mir und Grump. Oh, danke. Sehr nett. Moment. Ihr wollt mich austricksen, oder? Hm? Ihr wollt mich betrunken machen, damit ich nicht weiterlesen kann. Wer? Aber nee. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Ich bin blind. Dann du fertig gelesen. Nein, ich... Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Grump immer noch Hunger. Was? Hunger. Grump muss jagen. Rede mit Grump. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Zoff scheint ziemlich... Äh, scheint ein ziemlich strenger Bruder zu sein. Das hatten wir schon. Und wie lange... Und wie lief die Jagd bisher? Er ist ja noch gar nicht losgegangen. Könnte ich mir deinen Teller vielleicht mal ausleihen? Den brauchst du ja gerade nicht. Äh, äh. Warum nicht? Bald wieder essen. Grump, großer Jäger. Du bist höchstens ein dicker Jäger. Du würdest nicht den Unterschied zwischen einem Rebhuhn und einer Wildsau erkennen. Pfff. Hm. Und wie lief die Jagd bisher? Und wie läuft's bei der Jagd? Hast du schon etwas gefangen? Noch nicht. Aber bald. Was ärgst du denn? Alles. Aha. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Zoff ist doof. Aha. Immer lesen. Nie Spaß. Nie Sachen kaputt machen. Er ist halt mehr der intellektuelle Typ. Schlaf gar kein richtiger Kerl. Schlaf noch nie eine Freundin. Er kann sich wegzaubern. Er kann sich wegzaubern. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Da ist er wieder. Hm. Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Vielleicht nimmt er mir die Geschichte mit dem Cocktail übel. Decke den Spalt mit den Brettern ab. Also gut. Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Viel aushalten werden die morschen Bretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Gut, dann wollen wir mal gucken, oder? Du, Menschlein. Ganz recht. Und? Wie läuft's bei der Jagd? Hast du schon etwas gefangen? Noch nicht. Aber bald. Was jast du denn? Alles. Aha. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Also gut. Was haben wir denn noch hier? Wir haben eine Feder. Können wir mit der was anfangen? Die Bretter sind so morscht, dass sie sofort durchbrechen würden, wenn sich da jemand draufstellt. Aber wer ist schon so dämlich? Hallo. Gra- Du. Ganz recht. Ich gehe nicht dazu, dass er weiter, dass er irgendwas anders... Hunger. Ja. Ähm. Vielleicht müssen wir einmal weggehen und dann wiederkommen. Nee, hat nicht so richtig geklappt. Ja, jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Also ich muss ihn jetzt dazu bringen, dass... Locker Crump mit dem Köder... Seine Schale knacken... Ein Langhaar-Kaninchen, ja? Wie kann man nur so blöd sein? Hunger. Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lasse mir was einfallen. Der Weg ist frei. Gut, wir nehmen mal das Schild. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensauce zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger? Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Wenn du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und tut weniger weh. Bladi, bist du das? Du siehst so neu aus. Und du siehst fettig aus. Marx, dann sind wir ja komplett. Oh, welche Freude. Lass... Ja, oder nicht. Oder lass zum Schwimmen gehen. Los, Mensch, trau dich was. Klappe halten und das gilt für alle. Jetzt, wo wir komplett sind, werden sie mich ins Org-Lager lassen. Ja! Nein! Und ich kann meinen Freund da rausholen. Eine Rettungsmission? Da müssen wir sehr vorsichtig und diplomatisch vorgehen. Ich finde, du solltest dem größten Org im Lager ins Gesicht spucken. Ich finde, ich habe das alles nicht verdient. Super. So, wir gehen mal zum Org-Lager. Ups. So, und dann gleich nach hier drüben. Und wir reden mit dem. Hallo, Häuptling. Zum Gruße, Mensch. So, hier, mein neuer Schild. Schick, oder? Sieh dir diesen Schild an. Ist der nicht großartig? Der glänzt so. Hast du ihn eingefettet? Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Ähm, Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, spiel mit. Ob Feuer oder Gift oder Äxte... Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Was werden wir sehen, Mensch? Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor. Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, und Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Wilbur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein. Hoffentlich honoriert Wilbur wenigstens, was ich hier mache. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Die wilden Lande, Kapitel 4 Wie? Ruhe! Wie soll man denn da nachdenken? Hu, du? Wie? Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Wenn ich dein Haarchen in die Finger bekomme, werde ich ihn umbringen müssen. Dein Haarchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen. Aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Wir müssen uns befreien. Hilfst du mir? Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Du, du, ach, gut gemacht, Kleiner. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Aber es muss irgendwie gehen. Aber es muss irgendwie gehen. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay. Aber wie willst du hier rauskommen? Rutsch. Ähm. In Ordnung. Versuch's. So, hier ist der Ausgang. Untersuche die Zelle. Da ist allerdings ein Schloss davor. Ja. Wie ich ja gesagt, da ist ein Schloss davor. Betrachte die Foltergeräte. Lasse den Kaker. Wie hat er denn das jetzt gemacht? Oh-oh. Das ist nicht gut. Lass uns wieder gehen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Betrachte die Hundehütte. Ja, das Essen ist halt wirklich heiß hier für die Hunde. Ja, wir haben hier... Betrachte das Huhn. Okay, betrachte das Huhn. So, wir können auch nach unten gehen. Wir können das Rohr betrachten. Dreh das Rohr ein wenig. Okay. Ja, gut. Also, das... Sag ich auch immer. Okay, mir ist noch nicht ganz klar, was wir mit dem Ofendrohr machen. Aber ich würde sagen, das werden wir morgen rausfinden. Guck mal, wie er guckt. Ja, jedenfalls, morgen geht's weiter. Bis dahin, sag ich jetzt mal, tschüss, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei. Und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.